Halligalli am Erschwollensche Ihr habt vielleicht gemerkt in letzter Zeit kommen von mir kaum noch Videos weil ich habe ehrlich gesagt einfach keinen Bock mehr auf YouTube YouTube kotzt mich die ganze Zeit schon an Ich bin seit Monaten, kann man schon glaube ich sagen, irgendwie demotiviert Videos zu machen Ich habe Ideen für neue Videos recht gute Idee sogar, aber ich habe keinen Bock mehr die Arbeit zu machen Jetzt kommt die nächste Scheiße hier, Google Plus Ich habe schon das Vergnügen gehabt Es kommt ja Stück für Stück, ist aber nicht alle auf Armut gekriegt Ich habe irgendwie eine Woche vorher schon von dem Google Plus Quatsch gehört Wurde verschont, naja bis gestern Oder was weiß ich, zwei, drei Tage oder sowas Ist ja egal Ich konnte zwischenzeitlich nicht mal auf Kommentare von meinen eigenen Videos antworten Ich habe mir nur gedacht, ey what the fuck Gut, das haben sie inzwischen glaube ich verbessert Ich bin mir noch nicht so ganz sicher Aber ich konnte auf einmal gestern oben auf einen Kommentar, wo ich von dem User, der das Video, das ich kommentiert habe, hochgeladen hat Der hat mir geantwortet Der hat mir geantwortet und ich konnte dann da drauf antworten Das war ja immerhin ein Anfang, ja Aber keine Ahnung, ey Ich raff YouTube nicht Die machen seit Jahren nur Scheiße Ich bin, was weiß ich, seit drei Uhr oder was bin ich jetzt dabei Am Anfang war es okay Ich kann nicht beurteilen, ob es früher vielleicht noch besser war Aber mit jeder Veränderung geht es schlechter Ja Das ist halt wirklich Scheiße Seid ich dir schon aufgefallen Wird hier auch tausendmal gefragt, ob ihr nicht euren richtigen Namen auf YouTube verwenden wollt Ey, wenn ich das wollt, ja, dann würde ich das schon selber ändern Da muss mir scheiß YouTube nicht tausendmal drauf erinnern, dass die Möglichkeit besteht Ich glaube, wenn ich das wollte, hätte ich von Anfang eigentlich meinen echten Namen genutzt Aber dann geht im Internet keiner was auch Ja, und so sieht es aus Also ich habe die Schnauze voll und wenn es so weiter geht, schließe ich meinen Kanal Beziehungsweise ich lasse den Kanal, weil ich will ja weiterhin die Benachrichtigungen kriege, wenn Leute, die ich abonniert habe, was hochladen, ja Aber ich weiß nicht, ob es von mir noch sehr viele YouTube-Videos geben wird Das wird die Zeitzeige, ja, weil ich habe echt die Schnauze voll Und alles was ich dazu zu sagen habe ist YouTube Fuck YouTube, langer Fuck YouTube, ja Muss ich mir nicht geben, habe ich nicht nötig Es gibt genügend andere Also wenn ich auf YouTube aufhöre, ja, gehe ich wo anders steht So weiß ich nicht, klippisch, mein Video, sonst woher Ich gebe euch dann auch noch Bescheid, aber YouTube Ich habe die Schnauze voll Ja, Shira geht ja nicht so richtig weiter, obwohl ich jetzt eigentlich wieder könnte Klar, wenn sich jemand eine Folge wünscht, lade ich die hoch Ansonsten habe ich glaube ich zwei, drei Folgen hochgeladen, seitdem Ich hätte keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich sag's wie es ist Ja, was meint ihr eigentlich dazu? Ihr könnt ruhig mal was dazu sagen in die Kommentare, wenn ihr wollt Alles klar, ciao Also 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 Vielen Dank.